2.000 subs und dann manchmal auch 2.000 zuschauer das heißt ja nicht dass die alle zugucken adhs die maut wirklich schwöre ja aber ne nicht dass man nur drummolst ey mach du mal ne krankheit lustig oder irgendwas so oder denkst du überhaupt bist du da frei? sagst du darüber überhaupt n dings machst du nicht? die werden safe nicht erlauben aber erklär mal wie der schon wieder so gut fliegen kann der eine alter das ist so uneinig dich wirklich irgendwas, irgendein insider oder so irgendwas lustiges ich geh mir hier ein paar metze zwei dauernd auf los ist bei dir da einer Tietz? aha du bist ne maschine Tietz und normal fehlt nur noch ein stream ich höre hier ist einer ich hab übrigens zwei gedowned ich hab noch keine Kills bekommen oder? ah stimmt warte 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 Tietzi der schreit gerade weil wir das ernst meinen oder sowas wissen hä? ich hab zwei gedowned aber jetzt hab ich einen kill ah hier ist der zweite gerade mal gerade gerade mal gerade heute heute blaue FLG wenn jemand will ja thanks man ich mag das jetzt die Steine sind weg ich hab noch vor dem Training essen gehen ne ich geh schon danach hier war jemand ein bisschen spättraining oder? oder 14 Uhr? ja 14 Uhr Treff morgen ist ja Champions League mhm stimmt die Champions 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 meine Ohren hey Jungs ist doch schön was ist denn los ich dachte ich stehe zu mir von meinem Gesang Shots! 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 Boah, ein ganz losster Typ. Aber der ist nur genockt. Das war so ein richtiger... Noch ein Gegner? Der ist nicht so los, glaube ich. Doch. Ha! Got him! Wir haben ja alle im Busch gecampt. Wir haben ja gar keine Hobbys. Das war Richtung Zona. Ja. Ach Domse. Stell dir vor, einer ist bei Champions League. Die haben grad die Hymne an. Stehen da so grad bei den Mannschaften. Und einer singt so, ich schlafen wird's aufgelassen. Shots! Beef! Soll ich deine RPG-Reinballern? Ja klar! Zwanziger Hit übrigens. Mach kaputt, ich hab zwanzig. Digga, die ist einfach... Oh, hunderte Hit, Jungs. Ich hab mit der RPG-Rein getroffen. Du bist der Beste. Ein da, ein da, ein da. Ich komm mal hin. Ich komm mal hin. Ich bin so ne Maschinen. Ich geh nicht so von vorne, ich seh nur ab hinten. Ich komm mal hin. Aber die fighten doch oder nicht? Ja. Komm jetzt jetzt aus der Truhe einfach Nades bitte. Auf Erden. Oh, ich hab ne RPG-Liger, ich will den so in die Tasse mal an. Mach mal auf die Kaffee. Ah ok, nimm das jetzt. Hier ist noch einer, hier ist noch einer, hier ist noch einer. Hab den, hab den, hab den hier. Der fickt da einen, der fickt da. Er ist recht. Noch mehr oder was? Hat jemand Dings? Schild. Nee. Nein, kein Schild. Na, na. Schott. Brauchen wir einer zu? Ja. Hä? Dort doch jemand. Ich, ich, ich. Oh, wo kommen die Schatz hin? Nach der Enden, okay. Ah, da beim Reboot. Wie sehe ich den nicht? Ich hab ihn. Ah, falsche Seite geschossen. Ja, das sind auch dabei, Jungs. Aufpassen. Ja, hier. Wo wir hergekommen sind. Wo, von hinten oder was? Von hinten. Nee, zwei sind da. Sind beide im Feld. Hunderter. Aber die sind alle, das sind drei, das sind drei. Der eine ist schon weggelaufen, aber die sind alle lost. Hab einen. Ey, wie lost ist die Lobby? Oh mein Gott. Ein Schuss gar nicht kommen. Diese Runde, wo Edi gewandert. Ey. Wo ist das Medi-Kill? Ich hab drei. Komm zu mir. Ja, ja. Hier. Hast du Dings für mich? Äh, Raketen? Wo sind die? Ja, hab schon davor gedroppt. Hast du E-Armony? Ich hab nur zwei Schuss. Ja, ich hab richtig viel. Komm her. Ich hab auch ein bisschen. Komm her, warte. Sechs, man. Ich mag das wirklich, ja? Ich mag das. Das ist schön, hier mit euch spielen. Oder hier ist einer bei mir. Bei Domse. Oh, da hinten. Dieser eine mit der RPG. Habt ihr einen geholt? Ey, die Lobby ist so geil. Schwöre. Willst du nicht auch mit mir um 100 Euro retten? Ey, hier kein Schild mehr. Sidney, der hat kein Schild mehr. Der ist auch komplett schlecht. Ich weiß, dass du so gern. Digga, wie schlecht sind die? Schwöre. Rein in die Sonne, Jungs. Rein in die Sonne. Ich hab ihn mit. Ey, der oben ist Lost hier noch. Ich hab ihn dabei. Einen da. Habt ihr ihn? Ja, an der anderen Seite. Ich hab vier. Sieben. Ich hab drei. Digga, wie lost ist die? Nur Elis und der, oder? Möchtest du irgendwo noch in Loot liegen oder sowas? Kann das sein? Ja. Ah, ja. Ich hab noch zwei Medi-Kids. Tizi, komm her. Was gibt's dir denn? Ich hab mal... Ich brauch gleich nicht. Dahinter, dahinter. Dahinter war der Goldene. Dahinter? Ich bin sofort da. Was machst du? Ey, du... Ey, ey, ey. Da liegt auch noch eins. Die liegt auch noch rein. Boah. Ey, Jungs. Unmenschlich weit, Alter. Hat jemand Metz? Ich hab insgesamt 500 Metz. Boah, ich hab's nur 200. Ich hab auch nicht. Ey, die müssen farmen und müssen so weit fahren, Alter. Boah, ja, farm ein bisschen, äh. Tschüss, weit! Die Jumper hat auch keiner, oder? Die Jumper hat auch keiner. Ey, was dir eh die Lobby, Alter. Ich kann nicht so gut schwimmen, Jungs. Abwärts. Das ist nicht so gut durch Schwimmer. Mhm. Der geht runter, der Fluss, der hier, den du meinst. Ich schieb's nicht auf meine Hautfarbe jetzt. Mach dir wegen dem ADHS-Emote keine Sorgen. Ich hab selbst ADHS und hab da nichts dagegen. Wie Twitch das sieht, weiß ich natürlich nicht. Liebe Grüße, PS. Neiße Bilder auf deinem Account. Vielleicht schaust du ja immer auf meinen vorbei. Wusstest du nicht, ist klar. Jawohl, Metkin. Wenn du sagst, dass es okay ist, dann darf ich's. Für alle, die ADHS haben. Leider. Ja. Ich sprich ja nicht für alle. Und außerdem... Tisa hast du was dagegen, wenn wir ADHS-Emotes benutzen? Tizi? Finde ich sehr sympathisch oder eigentlich. Fühlt sich nicht diskriminiert oder so. Alles gut. Nein, nein, nein. Okay, okay. Kein blödes Blut an der Stelle. Kein blödes Blut an der Stelle. Wir haben 17 Kills schon. Wie viele Kills habt ihr? Ich hab vier. Sieben. Wie viele habt ihr? Tizi? Ich hab sieben. Tizi bist ne Maschine, Alter. Tja, hier war ja manchmal ein Gegner, der bisschen was konnte. Das war ja richtig geil. Weihnachtslobys. Soll ich sie abholen? Weihnachtsnoobs. Shots. Irgendwo dort. SW. Ein Snipeschuss. Auf geht's. Auf die Berge. Aber die müssen in die Zone kommen. Ich geh auf die Berg. Die müssen herkommen. Hä, jetzt kann meine Papp nicht aufheben. Fahr doch. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. Vor mir ist jemand. Wer ist der Kollege von mir? Hast du den? Wo ist der? Ist der hier in seiner Hütte drin oder was? Oh, der ist nicht am Spender drinnen. Tod. Hast du den? Ja, ja. Kommt ohne. Da sind noch zwei Jungs. Wo? Ja, ja. Ich hab auch gehört. Die Mates von ihm. Gib mir kurz mal ein Mediker, Alter. Oh, das sind noch mal zwei Jungs. Auffassen. Wer ist da gerade? Die, die sind noch mal zwei neue. Boah, jetzt geht's los, Alter. Locked. Boah. Einer kommt noch von oben. Locked. Habt ihr einen noch gut? Das gibt's nicht! Tietz, ich rette dich! Tietz! Nein, nein, da ist Tietze drin. Ja! Tietze! Tietze! I love you, I love you, my friend. Tietze! Tietze! Ich liebe dich! Lasert, lasert, lasert! Das war echt toll! Tietze! 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 Ey, wo sind die Mates, Leute? Ich brauch Mates. Die hatten nix, Alter, zum Mates. Ha! Die hatten kaum nix, Alter! Hat jemand nen Fisch? Ich hab... Ich hab drei Medikits. Ja, ich brauch Medikit. Egal, ich bin wirklich da reingegangen für den Loot, Alter. Ey, ich hab so viel Munition, unglaublich. Ich hab Sturmgewehr und MP-P. Ja, dropp'n Medikit, Junge, da war nicht so viel. Du kriegst Diener Sturm. Du bist näher, Mann! Danke, danke! Nimm mit! Dings kommt! Äh... Sohn. Sohn heißt das. Boah, den esse ich. Ich hab auch nen Slurpee. Oh, den Lachs. Mach nicht diesen, Sohn. Komm! Ey, den kann ich doch rummeißen, ja. Ja, den Lachs hier, den lass mir doch mehr rumkommen. Den lässt du dir dich nehmen. Nur Noobs in der Leute. Hä, ist doch bis jetzt so. Also, es geht weiter so. Die grad eben waren wieder Loops. Da? Da ist ein Medikit. Oh, nein! Ich hab noch zwei. Da läuft einer alleine. Hier, Fein, die kommen zu mir. Wo, Tizi? Hier, im M5. Ja, Digga, ich bau mich mal kurz ein und geb mir mal kurz ein Medikit. Und wenn ich dann die anderen sind auf der Brücke noch und einer läuft hier irgendwo gerade. Ja, eigentlich gut kann ich schwimmen. Ich kann, kann man, lass zu Tizi gehen. Digga, Tizi immer alleine auf der, auf der Jagd, alter. So, alter, Tizi, seitdem ihr hier bisschen besser geworden ist, ist richtig aggressiv geworden im Fortnite. Immer pushen. Einer kann sich grad richtig im Laser. Hinter mir, hinter mir, hinter mir, oben auf dem Berg. Oh, drei Stück oben auf dem Berg. Oh, genau. Oh, Scheiß, Alter. Oh, der hat mich auch getetet, da oben. Shit, Drake. Gotcha, Tizi, Alter. Oh, mein Gott. Das war meine. Das war meine Domme. Achso, sorry, Bro. Ich hab drei Biggies aufkommen. Alles gut. Hab ich gesehen? Dann nehm ich die hier. Ich glaube, hier war so ein Biggie. Ich hab keine Meds. Hilfe. Ich hab nur 100 Meds. Dropper, please. Hier, komm her, komm her. Wo bist du? Ich komm her. Ich hab alles 99. Komm her. Hier, hier. Komm her rein. Nimm das. Einfach nackig durchrennen hier. Wo ist mein Ding? Juhu. Tschüss, was hier für Loot? Sidney, komm her. Sidney, hier. Unter der Treppe. Hier, Knie. Ey, Jungs, die Geilen so hart, Alter. Woah. Was machst du? Sidney, mach Raketen. Hast Raketen. Absoluter Ecken. Die Geilen, die sind nicht schlecht. Die Geilen da oben. Oh, mein Gott. Die sind dann wieder mit. Digga. Loot haben wir, Jungs. Loot haben wir. Ich hab Blazer kassiert. Lasert, Lasert, Lasert. Ja, die denken wir es in Season 1. Wie die spielen. Ich schwöre, Alter. Hä? Was war denn das, Titi? Ich kann mich auch bauen. Oh mein Gott, mein Fein sieht aus. Wieso? Sind das die letzten 4? Jungs, das sind die letzten 4, glaube ich. Ja, das sind die letzten 4. Wir müssen warten, bis die da wegkommen. Ich hab auch einen Jumper. Ich hab auch einen Jumper. Lass doch einen Jumper nach hinten kommen. Nein, nein, nein. Ich bin schon so, ne? Einfach außen rum einen Berg lang laufen. Ich komm gerade von hinten. Auf ner Hummer Basis. Einer von denen schießt. Oh mein Gott. Hier bei mir. Ey. Der hat mich hier im Fokus gerade. Tietz, ey, du musst kommen von hinten. Aber die pushen mich. Einen von denen hier hab ich loben müssen. Habe einen geholt. Ey, ich hab seine Mutter auseinander genommen, Digga. Der hat gar keinen Bock mehr in seinem Leben. Noch einen geholt, bitte. Oh mein Gott, Digga. Habe einen. Ich hab nur noch mal 2 geholt. Ey, das sieht sehr gut aus. Weiter doch. Ist denn noch einer? Kommen Sie bei dir hier einer? Jawoll, jawoll, jawoll. Wollen wir ihn picken? Wollen wir ihn trappen oder? Das letzter. Chill, chill, chill. Ich komm auch. Lass ihn mal hacken. Lass ihn mal hacken. Zu viert. Warte, 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 warte. Alle hacken. Alle hacken. Hacken den Lachs. Hacken den Lachs. Wo ist der? Komm runter da, Digga. Komm runter hier, Digga. Nein. Kann ich mich schießen? Ja, ich hab ihn lieber gemacht. Ja, ich hab ihn lieber gemacht. Ja, Digga. Lasert, lasert, lasert. Titi, komm mal, mach den Tanz. Titi, komm mal. Titi, Titi, Titi. Digga, was ne Lobby, Alter. Ich kann nicht tanzen. Bodenlos. Bodenlose Lobby, Leute. GGs. Wie viele Kills? Ich hab sieben Kills. Ich hab acht. Boah. Digga. Was ne Runde, Junge. Wie Kills haben wir? Titi? Titi, du? Zwölf? Ja. Zwölf, acht, sieben, siebenundsatzig. 34 Kills, Leute. Easy Upload, Leute. 34 Squadkills mit drei Fußballprofis und einen Töten. Ja, geil. Jo, Babies. Töne, Digga. Töne, Digga.